Hoi miteinander und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin aktuell in Urnest. Wir haben eine mega sicke Mood. Es ist sehr sehr moody. Was ich hier mache, ich werde einen Shot, den ich im Winter schon mal gepostet habe, nachstellen. Und weitererseits wird es für mich auf Köln gehen, an die Fotokina. Wir sagen, ich nehme euch mit. Ich zeige euch jetzt ein paar geile Timelapse und dann sehen wir uns spätestens in Köln wieder. Also bis dann. Willkommen in der Stadt am Dom. Und nein, wir sind hier nicht im Raum. Wir sind im wunderschönen Cologne. Der Grund, warum ich hierher gekommen bin, ist die Fotokina. Die Messe ist jetzt schon wieder vorüber. Aber nichtsdestotrotz habe ich dort sehr sehr spannende und coole Leute kennengelernt. Unter anderem Mike Suminski. Ein Paul Südor. Ein Shreepal, der jetzt gerade auch hinter der Kamera ist. Oder ein Milupede. Also alle diese Leute haben wir kennengelernt. Auch Philipp Blum. Aber ich würde jetzt sagen, fertig mit dem Name-Dropping. Jetzt geht es weiter. Und zwar haben wir uns jetzt überlegt. Wir machen den geilen B-Roll Challenge. Also der Paul Shreepal, der jetzt hinter der Kamera ist. Der macht ein paar Sicky Shots. Und ich mache ein paar Sicky Shots. Die werdet ihr jetzt sehen. Und jetzt würde ich sagen. Jetzt seht ihr noch etwas von der Stadt am Rhein. Und es ist Bureau Time. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Die Pizza. Das war's. Das war's. Das war's. Die Pizza alleine. Wuhu! Tja und jetzt sind wir traurigerweise schon wieder am Ende und mal schauen was uns in diesem Video oder sonst noch attentiver sagen Ciao So, grüß Sie wohl miteinander, wir sind hier im Monschau mit dem wunderschönen alten Häuserbau Und das ist ein Spot, der ist bekannt von unter anderem German Roamers Wir haben hier ein paar coole Fotos links von mir gemacht und rechts von mir wären wir jetzt noch ein paar sehr sehr schöne Fotos und Videosequenzen machen, die wir euch natürlich auch nicht vorenthalten wollen Hinter der Kamera ist wie immer der Screwy Paul mit seiner Freundin Sophie Ihr werdet sicher auch noch ein paar Sequenzen von diesen beiden sehen Jetzt würde ich sagen, wir gehen durch dieses wunderschöne Dörfchen, machen ein paar coole Aufnahmen und bis dann sehen wir uns schon wieder irgendwo anders Tschüss miteinander Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020